Raucht's? Oh, bei dem raucht's aus dem Kopf. Oh, so sieht das bei mir immer aus, wenn ich nachdenke. Ich hab ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Ganz ehrlich. Hier finden wir doch bestimmt ein Dokument. Heid? Nein, ich würde gerne lesen, was hier alles Phase ist. Was haben wir hier? Sedativum Lord... Kann man gar nicht richtig lesen. Das ist, glaube ich, eine andere Sprache, ne? Der raucht dort eine ab? Ja, ich glaube auch. Oh, Fast Aid. Man, vor allem nicht, das Problem ist, es kann ja auch einfach ein Fallenraum sein, ne? Man weiß ja nie, was einem erwartet. Oh, hier können wir unlocken. Aber wie geht das? Oh, ernsthaft? Oh, mit Zeit. Das habe ich ja noch gut gelöst gehabt. Wie gemein ist das denn bitte? Das ist... Full Heel. Ist das auch Leben? Das scheint auch Leben zu sein, ne? Small Battery Brick. Hide, hide, hide. Ich frage, ich gucke nochmal für einen Freund. Oh, ein Lockpick. Ich würde, glaube ich, lieber anstatt... Soll ich lieber einen Lockpick mitnehmen anstatt einen Stein? Du kannst anscheinend nur ein Gegenstand mitnehmen. Ja, man hat vier Plätze... Drei Plätze hat man für Gegenstände. Und ein ist dieser Fähigkeitsplatz, den man hat, den man am Anfang ausgewählt hat. Da kommen wir wieder zurück. Also unten... Warte, warte, ich blende mich mal aus. Dann seht ihr das? Hier unten, seht ihr? Man hat also drei Inventarplätze. Eins, zwei und drei. Ne? Also ich hab Lockpick, dann hab ich die Batterie und dann hab ich hier dieses Health-Dingen zum Leben. Und dann hat man halt mit R hat man noch seine Fähigkeit, die ich am Anfang ausgewählt habe. Das ist hier das Dingern hier. Äh... It will heal your... Was, 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 was? Ah, damit können wir uns heilen. Okay. Ich bleib mal beim Lockpick. Obwohl ein Stein auch gut zur Abwehr ist, ne? Okay, das wird sowas von gekauft. Das... Aber man kann Sachen stacken, kann man... Stacken kann man nicht. Ich würd gern ein Dokument finden. Ich würd gern wissen, was hier Phase ist. Wie gesagt, in der Vollversion wird's natürlich auch auf Deutsch sein, ne? Da werden wir dann auch schön lesen. Wenn wir dann die Zeit dafür haben. Wie ist das eigentlich? Hab ich dann die Zeit zum Lesen, wenn's Multiplayer ist? Wir müssen da reinkommen, sagst du? Ist der das? Das ist der... Wie sollen wir den vor allem umbringen? Sag mal. Gut, da ist wieder eine Heal-Station. Wer arbeitet denn da so schwer? Oh, die Musik, ne? Ich hoffe, die schießen nicht, ne? Oh nein. Oh fuck, 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 oh fuck. Ich will dich beheben, du schmerzende Fuck! Nein. Nein. Oh man, Gott. Mann, ich fühl mich grad echt so wie Outlast 1. Damals, wo ich das erste Mal gespielt habe. Hoffentlich sind hier keine Gläser oder Scherben, oder? Oh, hier ist hell, ne? Das ist nicht gut. Hier könnt ihr uns sehen, ne? Ich heite mich mal. Wo ist die? Ist die da... Ist die da hinten runtergegangen? Hat die uns gesehen? Oder der? Kann die mal weggehen, Mann! Warte mal, wo müssen wir denn nochmal hin? Security Room. Okay. Das klappt ja ganz gut. Ich wünsche ich jetzt... Ich wünsche ich jetzt nicht gesagt... Ich will aber nicht drücken. Okay, ich muss. Wat? Das ist ja ein toller Gegner. Das ist ja ein toller Gegner. Oh nein, die Zellen sind alle aufgegangen. Get to the Snitch. Okay. Switch. Oh yeah, Switch. Hat nicht Dings mal einen gesungen? Ich frage mich, ob die alte noch da ist. Das ist echt ein bisschen wie Saw, ne? Muss man einfach sagen. Der braucht keine Stromrechnung bezahlt fürs nächste Jahr. Nee, der hat immer Strom. Oh, ein Benzinkanister. Sind die jetzt weg? Er macht voll den Michael Jackson hier. Guck mal. Hihi. Shimoni. Was ist das denn? Was ist das? Oh, Batterie. Wir können mal nachladen. So. Pick up. Ich würde tatsächlich auch gerne mal Key. Schlüssel. Okay, wenn er sich jetzt angekündigt hat, wird er wahrscheinlich hier rumschlawenzeln. So ist das eigentlich immer bei Outlast gewesen. Immer hat sich der Gegner erst angekündigt. Ihr wisst es. Eine Flasche. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich würde jetzt tatsächlich gerne was haben zum Abwehren anstatt ein scheiß Dings. Vielleicht kriegen wir den ja noch wieder. Der kommt jetzt bestimmt. Get to the snitch in the cellblock. Cellblock. Oh. Oh. Es wird denn schon heiß im Schritt. Riecht nach Hotdog. Ich habe eine Flasche. Ich werde sie einsetzen. Oh nein. Das sind die Stimmen vom Outlast 1 quasi. Da hinten steht auch einer. Oh, wir sind wieder hier. Oh nein. Ich weiß. Oh Gott. Underground Parking. Was hat der denn immer mit seinem Sack und seinem Arsch? Wieso verbrennt er den Sack und den Arsch immer? Was soll denn das? Oh, der Snitch ist er oder was? Das kriegt er doch mit, oder? Ich habe es gewusst. Das kriegt er doch mit. Das war doch so klar. Jetzt kommt er. Ich glaube, wenn ich meinen Arsch... Arsch drauf... Start the Generator. Na toll. Natürlich. Zwei Generatoren. Zum Glück im ersten Teil. Was ist der Mann? Nicht in diesem Mann aus Amerika. Lass mich zurück. Wo muss ich lang? Hier lang? Ich habe eine Flasche. Alter, wie echt diese Flasche aussieht, ne? Darf ich das mal kurz betonen? Mit diesen Kratzern und diesem Staub da drauf. Holy shit. Das... Lass mich raten. Wir müssen hier hin. Oder da hinten. Es wäre auch zu einfach gewesen. Hey, die Lupe ist ja praktisch. Noch mache ich lustige Sprüche. Was hat er denn immer mit seinem Sack und seinen... Alter, ist es... Was ist das für ein Psycho? Moin. Können wir da einfach mal... Oh, wie geil das einfach wäre. Wenn du hier wirklich so Singleplayer-mäßig so irgendwann... Alles aufmachst und die Leute mit einbindest, die sowas... Die Experimente machen. Ich bin echt gespannt, was hier so die Hintergrundgeschichte ist. Hoffentlich finden wir auch die Dokumente. Alles gut, ich tu dir nix. Ich tu dir nix, du tust mir nix, ja? Was? Was? Batterie, ja, okay, brauchen wir nicht. Ist aber gut zu wissen, hier ist auch nochmal ein... Okay, man kriegt aber echt viele Items, ne? Ich weiß natürlich nicht, wie lange die halten oder so. Wo geht's denn hier lang? Okay, hier ist zu. Also ich muss sagen, das Spiel baut schon unheimlichen Druck auf, ne? Ich will dich in, sie sind hier, um die Welt zu halten. Das ist mal alles sehr, sehr furchtbar und, und... Und wieso stecken die Kabel im Arsch und... Da geht aber die Sause ab. Das reicht ja aber immer, da ist ja richtig Party. Hold. Oh nein. Oh nein. Habt ihr das gesehen? Oh nein. Leck mich doch am Arsch. Und der latscht hier rum, ne? Ja, da hinten ist er. Den brauchen wir für den Generator, da würde ich verwenden. Deswegen nehm ich den schon mal mit. Oh, leck mich doch fett. Unlock and open. Warte mal, wie lege ich das ab? Natürlich, es war so klar. Es war so klar. Es ist ja dunkel, er kann uns ja eigentlich nicht sehen, oder? Na gut, er hat Strom. Weiß nicht, wo ich hin muss, das ist mein Problem. Wo sind die scheiß Generatoren? Und wo ist er? Oh, das ist der Gasmann. Das ist der gar nicht. Das ist der Gasmann. Das ist der Gasmann. Okay. Startse Generatoren. Ja, aber wo? Verdammt. Wie geil, das Detail. Hier so mit dem Wackeln. Plätscher, Plätscher. Oh, hier ist ein Generator. Phil. Das macht auch Geräusche, ne? Klar, bei ihm unsere Batterie nach. Oh. So, meine Frage ist jetzt. Hab ich den jetzt gefüllt? Ah, nee, wir müssen ja starten, ne? Fix the Circuit. Booth, oh nein. Boothzeit. Das heißt, wir brauchen nochmal einen Kanister. Ach, leck mich doch fett. Ist er hier? Wo ist der andere Generator? Wie gemütlich der da sitzt. Oh nein. Ich weiß halt nicht, wo ich hin muss. Oh nein, das ist ne... Oh nein, das ist ne Bombe. Hinter uns ist einer. Das ist der. Er kommt. Er kommt. Er kommt immer näher. Lauf, lauf. Nein, ah, uh, ah, was ist jetzt los? Kann ich verschließen die Tür? Nein. Uh, uh, uh. Bin weg. Schau. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Aua, Alter. Ah, wo muss ich hin? Hilfe. Ah, 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 ah. Mach die scheiß Tür auf. Wie lang geht die bitte? Bis 1. November. Alter, das ist das erste Level. Das ist das erste fucking Level. Von, keine Ahnung wie vielen, die kommen werden in der Vollversion. Und wir sind noch niemals annähernd. Noch niemals annähernd am Ziel. Das erste Mal reichst. Wie kannst du spielen bei der Beta? Du musst auf Steam, musst du dir die Anfrage stellen. Display Test der Beta. Und wenn du ne Einladung bekommst, bekommst du das per... Oh, really? Ernsthaft? Bekommst du dann direkt die Einladung irgendwann? Was muss ich hier machen? Uuuuh. Nein, das war die falsche Tür. Ah. Wie weit kannst du bei der Beta spielen? Ich weiß es nicht. Kannst du nicht sagen. Wahrscheinlich das eine Level hier kannst du spielen. Also gehe ich von aus. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir spielen ja auch das erste Mal. Ah, ich habe einen Krampf. Ah, ah, ah. Ah, ich habe einen Krampf. Ah, ah, ah. Ah, fuck. Ich habe einen Krampf im Bein. Nicht im Game, sondern im Real Life. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. La, 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 la. La, 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 la. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ja, es ist nicht schön. Ich sollte die Batterie hier. Ich sollte die Batterie sparen. Ah. Ich muss was trinken. Ah. Ah. Ah, 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 ah. Kennt man gut. Ah. Das Spiel macht mich fertig. Ja, ich komme gleich. Oh, da ist eine Wiener, ne? Was? Adam, vielen Dank für den Follow. Ganz, ganz lieben Dank. Läuft der da? Ich kann es halt mega schlicht orten, ob der da ist oder nicht. Ist ein Kollege von mir, okay. Dann sei gegrüßt. Wir müssen diesen scheiß Dings, ne? Wir müssen diesen scheiß Benzinkanister holen, ne? Ohne Batterie. Ja, laden wir direkt mal nach. Der liegt da. Ah, scheiße, diese Miene. Und hier laufen ja mehrere Gegner. Es ist ja nicht nur der eine. Stand der vorher schon da? Ah, ist eine Puppe, ne? Okay, der läuft da hinten lang. Alles klar. Alter, was hat der immer mit seinem Arsch verbrennen? Er ist hier drin. I'm gonna let it shine. Hier ist der andere Generator. Glaube ich zumindest. Ja, sieht so aus. Wir haben den zweiten. Aber wie aktivieren wir die jetzt? Haben wir schon mal voll? Und nun? Fixed circuits on boothsides. Was? So? Circa? Ich spare mal eben eine Batterie. Vom Puppen habe ich genug. Ja. Was? Oh, nein. Kann er bitte gehen? Ich muss mal eben was machen. Ich bin der Elektriker. Entschuldigung. Einem mit Elektriker. Was muss ich denn hier? Flip. Hä? Was muss ich denn? An boothsides, ne? Also beiden Sachen. Oh Gott. Nein, ernsthaft. Ich weiß zwar nicht, was ich machen muss. Irgendwas probiere ich jetzt. Nein. Alter, latscht der hier einfach durch. Was ist mit dem, Junge? Und hier steht ja noch jemand irgendwo. Irgendwo steht hier noch jemand. Ich höre ihn atmen. Warum spiele ich sowas? Ist der weg? Ist der weg? Ich probiere nochmal mein Glück. Da, da, da. Nein. Da, 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 da. Ja. Crank? Was muss ich hier machen? Oh nein. Ernsthaft? Ich hab da gar kein Kraft, ne? Alter, ich seh nix. Hilfe! Wow! Wuhu! Oh fuck, Alter. Die Tür ist ja fast kaputt gewesen. Wuhu! Das ist der beste Spot ever. Alter, leck mich doch fett. Was ist das denn für ne scheiß Aktion, diesen Generator zu starten? Was? Puhu! Und wer arbeitet denn da so? Ach, der! Guck mal, die Tür, wie eingedrückt die Tür ist. Wir haben gleich keine Batterie mehr. Wir müssen mal gleich irgendwie die Batterie organisieren, ne? Und zum zweiten Generator kommen. Der auch immer, wo auch immer der ist, wo der war. Batterie? Nein, Flasche. Wo war denn der andere Generator nochmal? War der nicht hier draußen vorm Klo? Der war doch da irgendwo, ne? Wir müssen da raus, auf jeden Fall. Okay, ich spare nochmal ein bisschen Batterie. Was? Wieso startet mein Generator auch immer so mit uns? Hi! Immer so, ich muss Benzin immer holen. Wo ist der? Wo ist der? Ich hör den nicht mehr. Oh, 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 oh. Oh, wir können uns wieder in den Fässer verstecken auch. Sehr schön. Ich mein da, hier ist der Generator um die Ecke. Okay, den haben wir ja schon gefüllt. Es geht nur darum, den zu starten. Ich würde die Tür mal schließen, wenn wir... Ist das so ein Kandidat, der uns immer verfolgt und immer in unserer Nähe bleibt? Motherfuckin' down! Der ist so gut! Okay, er kommt auf jeden Fall im Generatorraum. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich riskiere es jetzt einfach. Ich mache die Tür auch direkt zu. Damit wir hören, ob er kommt. Ich sehe nichts. An Booth Sides, ne? Okay, hier, let's go. Scheiße. Okay, eins, eins haben wir. Ja, nice. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Irgendwie funktionierte das. So, jetzt warten wir nochmal ab, bis er geht. Weil der kommt nämlich jetzt. Da steht er schon. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Lady Child. Lady Child. Oh, er geht. Dann würde ich sagen, probieren wir es mal aus. Oh! Fuck, geh weg, du Conner! Fuck, wo muss ich lang? Wir haben keine Batterie mehr, ne? Fuck, wo muss ich hin? Get back to the snitch in the cell. Okay. Wir müssen unbedingt Batterie sammeln. Okay. Ja, da guckst du, ne? Ich finde das immer nur sehr... Guck mal, er sagt, look at you. Lol. Ist das der, der hier voll saß? Ich glaube, ja, ne? So, Batterie. Ich brauche eine... Oh ja, Batterie, bitte. Oh ja, bitte. Bitte einmal aufladen. Brauchen wir Lebensenergie? Haben wir irgendwie zum High? Ich guck mal eben. Nein, okay, wir sind full. Ich will es nur mal kurz sagen. Wir sind noch nicht gestorben, ne? Aber gut, wir sind aber auch noch nicht raus, ne? Ich will es nicht so laut gerufen haben. Für unseren ersten Run. Und er war ja auch hier, ne? Er wird ja nicht wahrscheinlich nur da unten bleiben. Der wird wahrscheinlich auch noch kommen. Alter, das ist... Was macht der da? Ich will das gar nicht wissen, was der da macht. Was ist hier? Oh, da ist ein Zettel. Oh ja, ein Dokument. Oh, geil. Die fand die Evidence. Visit the Evidence. Tab for... Oh, geil. Nice. Das schaffen wir noch nie im Leben, oder? Der kommt doch nochmal. Können wir das auch schneller machen? Ja, wir können auch rennen. Wuhu. Find the key. Key, was zur Hölle? Natürlich. Key ist hier. Da müssen wir rein, aber wie? Wir müssen also da rein, sagst du? Die Frage ist, wie kommen wir da rein? Jetzt müssen wir erstmal einen Weg finden. Das war so klar, dass wir es nicht direkt schaffen. Observe the TV for Clue. Key im Herzen. Okay, Key. Oh, der rollt wieder zurück. Oh, das ist ja gemein. Okay, warte. Schlüssel ist im Herzen. Discover the Heart. Das ist echt wie bei Saw. Alter. Das ist echt wie bei Saw. Find the other key. Was? Was für ein other key? Oh, der ist ein Kro. Alter, wie groß ist denn der? Und der ist nackt. Oh nein. Was? Find the key 1, key 2. Clue. Wir brauchen, wir brauchen Clue. Also Hinweise. Kann ich zumachen? Ja. Ist das eine gute Idee? Wir brauchen also hier. Was? Wer hat mich denn gesehen? Wer zur Hölle hat mich denn gesehen? Wer hat mich denn gesehen?